heute möchte ich mit euch ein dien 2 autoradio in meiner a klasse installieren ich bin mark molter und willkommen zu meinem neuen video bevor ich jetzt zum einbau kommen noch ein paar kleine tipps ihr müsst bevor ihr euer radio kauft erstmal schauen ob in euer fahrzeug ein anderes radio installiert werden kann dafür schaut euch euer armaturenbrett an und schaut ob ihr einen einbauschacht überhaupt besitzt viele fahrzeuge haben keinen originalen einbauschacht mehr diese verwenden hier eigene schächte oder eigene radiosysteme hier ist dann mitunter ein wechsel nicht mehr möglich oder nur noch mit adaptern möglich eventuell gibt es die dien 2 autoradios auch in anderen bauformen so dass sie schon passgenau für euer auto vorgerichtet sind schaut hier bitte nach und informiert euch bitte vor dem kauf aber ich komme jetzt einfach hier zu meiner installation ich muss erstmal mein vorhandenes radio ausbauen so und wie das halt so ist wenn man gebrauchte autos kauft wie bekommt man jetzt das radio heraus ich versuche es jetzt einfach mal mit meiner sammlung an aus für werkzeugen mal schauen ob hier irgendwas passt oben haben glück und wir holen das radio raus habt ihr halt keine passenden werkzeuge da müsst ihr euch hier eventuell was bauen habt ihr euer altes radio entfernt vergesst bitte nicht den einbaurahmen mit auszubauen so könnt ihr eventuell das alte radio noch mal verkaufen oder an einen freund verschenken nun muss ich meinen einbauerrahmen auf dien 2 umbauen da das hier in dem fahrzeug nicht vorgesehen ist ich entnehme einfach diese ablage dafür drückt ihr einfach hier diese beiden rastnasen nach unten und sie die ablage nach vorne heraus jetzt habe ich hier noch zwei so störende plastikteile diese brauche ich nicht mehr also schneide sie einfach ab hinten könnten auch noch einige störende punkte sein also führe ich vorsichtig mein radio modul ein schau ob hinten diese plastik stege auch stören ist das der fall entferne ich diese natürlich auch noch ein kleiner tipp von mir wenn ihr einen ordentlichen dien 2 einbauschacht für euer radio habt kauft bitte immer zu dem radio einen dien 2 einbaurahmen mit dazu bei diesem radio ist leider kein einbaurahmen mit dabei man müsste ihn hier also separat dazu bestellen allerdings nützt mich hier auch ein dien 2 einbaurahmen nicht viel da hier mein loch sage ich einfach mal zu groß ist es handelt sich hierbei also um keinen genormten einbauschacht deswegen besorge ich mir auch keinen einbaurahmen und versuche das radio mit dem im lieferumfang enthaltenen einbau materialien zu befestigen im lieferumfang befinden sich hier zwei winkel und einige schrauben und mit diesen bastel ich mir jetzt hier etwas die a klasse hier ist eh ein sehr altes auto und ich nehme an ich bin eh der letzte besitzer dieses fahrzeuges also ist das eigentlich auch im großen und ganzen hier egal habe ich nun die beiden winkel installiert versuche ich einfach mal ein radio einzuschieben und die abstände scheinen zu passen das radio liegt gerade ein somit habe ich schon mal die basis geschaffen auf der ich mein radio einschieben kann ich könnte ja jetzt auch noch die winkel etwas nach oben oder unten verschieben hier habe ich ja lang löcher jetzt kommen wir einfach mal zum anschluss unseres radios in meinem fall habe ich hier ein iso norm radio anschluss das erleichtert mir die arbeit extrem ich habe nämlich im lieferumfang auch ein iso norm kabelbaum das heißt wir haben hier ein iso norm stecker und dann unseren adapter auf unser radio wichtig wir haben auch noch zusätzliche anschlüsse das heißt wir können noch weitere funktionen des radios nutzen sollten hier noch weitere anschlüsse vorhanden sein hier ist alles ordnungsgemäß markiert somit könnt ihr zum beispiel eine elektrische antenne oder den brake kontakt für die handbremse mit anklemmen aber wie das ist alles ordnungsgemäß markiert hättet ihr jetzt kein iso norm stecker in eurem fahrzeug verbaut haben wir noch einen reinen kabelbaum mit im lieferumfang dieser ist auch ordnungsgemäß beschriftet das heißt hier könnten wir alles anklemmen wie wir es benötigen und stecken dann diesen stecker einfach hinten in das radio ein bevor wir allerdings jetzt unser radio fest hier im auto verbauen achtet bitte darauf wir haben noch eine gbs antenne und eine wireless antenne mit im lieferumfang des weiteren haben wir noch zwei usb anschlüsse eventuell wenn ihr benötigt auch eine freisprechanlage das heißt ein mikrofon für eure freisprechanlage dieses müsst ihr jetzt auch erstmal im auto verlegen also legt eure antennen an die dementsprechenden stellen und führt die kabel hinter dem radio aus meine beiden usb kabel sowie natürlich meinen mikrofon stecker habe ich auch noch hierher geführt auch diese habe ich über die beifahrer seite beigeführt achtet darauf die kabel sorgfältig zu verlegen und achtet darauf dass ihr mit den kabeln nirgendwo den fahrbetrieb des fahrzeugs behindert oder eventuell oder sidebacks behindert so jetzt habe ich alle kabel hier und kann nun mein radio langsam einführen also kommen wir erst mal zu den anschlüssen wir haben jetzt erst einmal unseren din norm kabelbaum den werde ich jetzt hier verwenden diesen verbinde ich jetzt mit meinem dien stecker im pkw hier kann man nicht viel falsch machen einfach zusammenstecken und alle verbindungen sind auf der richtigen schaltposition dann haben wir noch unseren antennen stecker vergesst den bitte auch nicht sonst könnt ihr kein ukw radio empfangen wir führen nun nach und nach unsere stecker hier ein das heißt unsere usb stecker vertauscht ihr bitte nicht usb a mit usb b diese sind beide ordentlich markiert und ihr könnt hier eigentlich nichts falsch machen dann führen wir hier unseren antennen stecker ein hier unseren kabelbaum zu unseren iso steckern und hier verbinden wir noch unsere beiden antennen auch das ist gut markiert wir haben hier unsere gps antenne und hier unsere wlan antenne hier unten kommt noch unser mikrofon rein als weitere anschlüsse stehen uns bei diesem radio natürlich auch noch der anschluss einer rückfahrkamera zur verfügung es gibt natürlich auch noch im zubehör eine sogenannte dashboard cam als usb variante und ein bluetooth car diagnose scanner kann hier auch noch hinzu erworben werden es gibt natürlich auch die anschlüsse für externen subwoofer und natürlich auch für externe verstärker und man kann natürlich auch noch eine fernbedienung hier zu diesem system erwerben haben wir nun alles korrekt angeschlossen können wir unser radio in den einbauschacht einführen und hier ordnungsgemäß befestigen je nach erworbenem set haben wir hier auch verschiedene abdeckrahmen ich habe hier einen einfachen abdeckrahmen diesen bringe ich auch noch mal auf in meinem fall muss ich ihn hier unten noch mal etwas durch ankleben befestigen und somit habe ich mein radio komplett installiert jetzt schalte ich einfach mal die zündung ein und wir testen ob alles funktioniert wie sehen wir haben strom auf unserem radio und es startet nach dem start befinden wir uns im radio modus aber bevor wir hier irgendwelche einstellungen vornehmen möchte ich erst mal meine landessprache ändern dafür gehe ich in mein hauptmenü suche die einstellung und wähle sprache hier stelle ich alles auf deutsch um und verlasse die sprache einstellung wir sehen von der bedienung her ist das standard android also jeder der android schon mal bedient hat wird sich hier ohne probleme zurecht finden ihr könnt euch auch hier mit euren google account anmelden oder einloggen somit könnt ihr auch eure google dienste verwenden wie wir es auch von unserem smartphone gewöhnt sind haben wir natürlich auch unser menü was wir hier runter ziehen können und hier können wir auch alle wichtigen einstellungen vornehmen wir können unsere bluetooth kopplung vornehmen wir können unsere bildschirmeinstellungen vornehmen unsere helligkeit dementsprechend reduzieren oder erhöhen und was ganz wichtig ist wir können natürlich dieses gerät auch mit unserem wlan verbinden das ist sehr sinnvoll wenn ihr zum beispiel updates ziehen wollt oder euch apps herunterladen wollt ihr könnt natürlich aber auch die internet verbindung von eurem handy nutzen indem ihr euer handy mit diesem gerät hier über bluetooth verbindet wir haben auch zugriff auf unseren playstore hier können wir zum beispiel auch noch fehlende apps herunterladen und unserem system hinzufügen wir gehen hier wieder raus und testen einfach mal die anderen funktionen wir haben hier zum beispiel auch youtube und können uns hier zum beispiel auch youtube videos anschauen ich starte jetzt einfach mal eines meiner videos und so haben wir auch die möglichkeit zum beispiel youtube videos hier anzuschauen im großen ganzen funktioniert wie gesagt das radio wie jedes smartphone auch wir haben hier zum beispiel auch google maps somit haben wir natürlich auch ein navi an bord ihr könnt mit maps so navigieren wie es von eurem smartphone gewohnt seid gebt einfach eure route ein und habt somit euer navi immer mit an bord wir können natürlich auch musik abspielen hierfür haben wir hier einen kleinen kartenslot und wir haben ja wie vorhin schon von mir gezeigt zwei usb ports angebracht hier könnt ihr zum beispiel auch usb sticks einlegen wir haben dann natürlich auch noch unser radio wir gehen wieder mal zurück zu unserem radio das können wir so verwenden wie wir es von jedem anderen radio auch gewohnt sind haben wir einen lieblings sender gefunden und möchten diesen natürlich in unsere favoriten liste mit aufnehmen tippen wir einfach auf den sender halten ihn kurz fest und er wird hier unten gespeichert wollt ihr den sender wieder löschen geht ihr einfach auf den sender tippt wieder etwas länger auf die frequenz und habt somit euren sender wieder aus der liste gelöscht so könnt ihr euch eine sender liste anlegen um einen überblick über alle geöffneten apps zu erhalten klickt einfach hier auf dieses symbol hier sehen wir alle aktuell aktiven apps wir können dann natürlich wie wir es beim smartphone gewohnt sind auch die apps durch wegwischen abschalten kommen wir noch mal zu einer einstellung die ich euch auf jeden fall empfehle wählt einfach noch mal eure einstellungen klickt auf bluetooth schaltet dieses bitte ein sucht nun euer autoradio mit eurem handy und koppelt es mit eurem handy habt ihr dieses getan könnt ihr natürlich jetzt auch über euer radio telefonieren indem ihr einfach hier den telefon button drückt und nun habt ihr die möglichkeit eure telefonliste anzusehen in eurem adressbuch zu blättern und direkt personen hier über die freisprechanlage anzurufen ihr könnt natürlich auch anrufe direkt entgegen nehmen und könnt über das verbaute mikrofon dann mit den personen sprechen so und damit habe ich dann mein dienst bei android radio hier in meinem pkw verbaut ihr seht der arbeitsaufwand hält sich in grenzen es kommt allerdings darauf an inwieweit das radio in euer auto verbaut werden kann also achtet bitte darauf bevor ihr das radio kauft ob ihr einen geeigneten dien 2 schacht habt in dem dann auch euer radio reinpasst und indem ihr natürlich auch euer radio optimal befestigen könnt ihr habt gesehen bei mir war die befestigung schon ziemlich schwierig ich habe es zwar hinbekommen aber es war nicht die schönste lösung so alles in allem gefällt mir an solchen android radios natürlich die bedienbarkeit denn jeder der ein android handy hat kann so ein radio ohne probleme bedienen man findet alles dort wo man es vermutet und man kann ja eventuell auch sogar noch apps nachrüsten man könnte hier sogar wie es gesehen habt youtube video schauen macht das aber bitte nicht während der fahrt damit komme ich dann langsam auch zum ende meines videos noch ein wichtiger punkt dieses radio wurde mir netterweise vom hersteller zum testen und ausprobieren zur verfügung gestellt so dass ich euch den einbau demonstrieren kann link zu dem produkt natürlich wie immer unten in der video beschreibung hat euch mein video in irgendeiner form gefallen oder weitergeholfen würde ich euch um einen daumen hoch bitten wollt ihr noch mehr in meiner video schauen kein problem abonniert hier einfach meinen kanal denn abonnieren auf youtube ist natürlich kostenlos meine anderen kanäle findet ihr wie gehabt auf meiner homepage ich sage damit tschüss bis zum nächsten mal euer mark auf youtube